Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, verehrte Gäste, auch im Namen meiner Frau, meiner Kollegin, Frau Beigeordnete Helga Knerr und meiner Kollegin, Herrn Bürgermeister Peter Scheidel und Herrn Beigeordneten Michael Schieler, heiße ich Sie alle zum Neujahrsempfang der Stadt Pirmasens herzlich willkommen. Stillvertretend für jeden Einzelnen von Ihnen begrüße ich heute Abend die Ehrenbürgerin unserer Stadt, Frau Dr. Siekhild Müller, die in diesem Jahr ihren 98. Geburtstag feiern wird. Liebe Frau Dr. Müller, herzlich willkommen. Wie alle unsere Gäste bereichern Sie diesen Neujahrsempfang. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie alle sind heute Abend nicht nur hierher gekommen, weil Sie sich gegenseitig ein gutes neues Jahr wünschen wollen, sondern auch, weil Sie jeder für sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit der Stadt Pirmasens verbunden sind. Für viele von Ihnen ist dies nicht nur eine berufliche, eine professionelle Verbundenheit, sondern Sie fühlen sich auch jeder nach seiner Fasson für die Belange unserer Stadt verantwortlich. Nicht wenige von Ihnen nehmen diese Verantwortung im Verborgenen wahr. Eine Stadtgesellschaft, mehr noch die Gesellschaft eines ganzen Landes, wächst und gedeiht, steht und fällt damit, wie viele Menschen sich für Sie mitverantwortlich fühlen. Die Physikerin und Chemikerin Marie Curie, die 1903 den Nobelpreis für Physik und 1911 den Nobelpreis für Chemie erhielt, hat es einmal wie folgt ausgedrückt. Jeder von uns muss sich bewusst werden, dass er die persönliche Verantwortung für alles trägt, was geschieht und dass es die direkte Pflicht eines jeden Einzelnen ist, sich dort nützlich zu machen, wo er sich am nützlichsten machen kann. Dass es heute in weiten Teilen unserer Gesellschaft nicht en vogue ist, außerhalb der ganz individuellen und persönlichen Sphäre, Verantwortung im Sinne aktiven, anderen nützlichen Verhaltens zu übernehmen, hat sicher damit zu tun, dass eigennütziges Verhalten niemals so hoch im Kursstand wie heute quasi gesellschaftsfähiger ist denn je. Dass Eigennutz und die Hege und Pflege eines immer ausgeprägteren Individualismus mittlerweile gesellschaftsfähig wird, wird auch gar nicht mehr als Widerspruch in sich selbst wahrgenommen. Diesem Phänomen entspringen viele fundamentale Probleme unserer Zeit. Dass eine Gesellschaft der Eigennützler, die sich hinter Vorstellungen und Ideen immer nur zeitlich befristet und dann versammelt, wenn es den eigenen Interessen dient, keine gestalterische Kraft und keine gute Zukunft hat, beweist die Geschichte. Umso wertvoller für eine Gesellschaft sind die, die über ihre eigenen persönlichen Interessen hinaus auch für andere Menschen und andere Belange Verantwortung durch aktives Handeln übernehmen. Es ist diese gesellschaftliche Verantwortung des Einzelnen, die für ein Gemeinwesen elementar ist. In der Politik und manchmal im Vereinsleben, meistens aber in der veröffentlichten Meinung wird oft die Forderung erhoben, eine bestimmte Person möge die Verantwortung übernehmen. Dies ist dann aber kein Appell zum gemeinnützigen Handeln, sondern die Forderung, jemand möge dafür, dass er zuvor gehandelt hat und für die dadurch entstandenen Folgen sich einem öffentlichen Tribunal stellen und sich moralisch zur Rechenschaft ziehen lassen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Zahl derer, die es als ihre gesellschaftliche Verantwortung ansehen, andere für ihr Handeln zur Verantwortung zu ziehen, die da die Zahl derer deutlich übersteigt, die Verantwortung übernehmen, indem sie handeln. Ob man mit einem solchen Gesellschaftsmodell auf Dauer glücklich wird, darf bezweifelt werden. Denn schon die alten Griechen, die die Ideale einer Demokratie formuliert haben, wussten, eine Gesellschaft braucht mehr Menschen, die etwas tun, als Leute, die vorschlagen, was getan werden könnte oder solche, die in Frage stellen, was getan wurde. Vielleicht ist es dieses zahlenmäßige und mediale Missverhältnis zwischen denen, die ihre Verantwortung darin sehen, andere zur Verantwortung zu ziehen, gegenüber denjenigen, die Verantwortung durch Handeln übernehmen, dass es von den zuletzt genannten immer weniger gibt. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich einmal vor, bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 wäre Deutschland in der Vorrunde oder im Achtelfinale ausgeschieden. Dies hätte geschehen können, ohne dass der verantwortliche Trainerstab um Joachim Löw andere Entscheidungen hätte treffen müssen, als er es getan hat. Gefühlte 40 Millionen qualifizierte Bundestrainer sowie die Meinungsmacht aller Sportjournalisten hätte Trainer, Stab und Mannschaft unbarmherzig zur Verantwortung gezogen. Glück, Können und der Mut zur Übernahme von Verantwortung haben zu einem anderen Ergebnis, zur Weltmeisterschaft geführt, wofür Mannschaft und Trainerstab frenetisch gefeiert wurden. Ich möchte mich heute ausdrücklich bei all denen bedanken, die in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Feldern in Verantwortung stehen und sich zum Handeln in Verantwortung nehmen lassen. Im Bewusstsein, dass man sie, wenn etwas schief geht, zur Verantwortung zieht. Ich möchte dies bei vielen von Ihnen zu einem Zeitpunkt tun, wo noch nicht feststeht, dass alle Projekte, für die sie Verantwortung übernommen haben, auch tatsächlich gelingen. Weil es ihr Mut zum Handeln verdient, dass wir uns bei Ihnen bedanken. Weil Sie diejenigen sind, die unsere Gesellschaft weiterbringen. Ich bedanke mich in diesem Sinn bei den heute anwesenden Mitgliedern der Parlamente aller staatlichen Ebenen und der Ortsbeiräte für ihre Arbeit, ihren Einsatz und ihr Verantwortungsbewusstsein. Sie tragen eine große Verantwortung. Wann immer es gilt, meine Damen und Herren, große gesellschaftspolitische Probleme zu lösen, werden diese auf der Ebene von Bund und Land diskutiert und es wird um gesetzgeberische Lösungen gerungen. Wenn Sie nur einige der aktuell relevanten Themen wie Inklusion, Kleinkinderbetreuung, Schulbuchausleihe betrachten, dann verpflichten die Gesetze, die sich dieser Themen annehmen, immer die Kommunen die Lösung für diese Probleme zu organisieren. Dies geschieht, weil Städte und Gemeinden durch ihre Organisationsstrukturen und Fähigkeiten die Lösungskompetenz für solche Probleme auch de facto haben. Dem Bund und den Ländern wäre dies schlicht unmöglich. Die gesellschaftspolitischen Probleme blieben ungelöst. Mittlerweile kann aber niemand mehr ernsthaft bestreiten, dass diese gesetzgeberischen Aufgabenzuweisungen an die Kommunen in keiner Weise mit einer ausreichenden Finanzausstattung verbunden sind. Die Verschuldung einerseits und die permanenten Sparrunden andererseits führen aber dazu, dass den Kommunen die elementare Problemlösungskompetenz in rasanter Weise verloren geht. Ich appelliere deshalb an unsere anwesenden und nicht anwesenden Bundes- und Landtagsabgeordneten. Nehmen sie ihre Verantwortung nicht nur gegenüber Bundes- und Landesinteressen, sondern auch gegenüber ihrer Stadt und Gemeinde wahr. Und jetzt wird es konkret. Wenn Ihnen die nächste Gesetzesvorlage zugeleitet wird, in der wieder Aufgaben auf die kommunale Ebene übertragen werden, fragen Sie kritisch nach, ob das Gesetz, das Sie beschließen sollen, den Kommunen auch die dafür erforderliche Finanzausstattung zuweist. Und wenn es in der Kostenfolgeabschätzung der Gesetzesvorlage heißt, Kostenfolgen keine, sollten Sie nicht nur auf den Beipackzettel vertrauen, sondern hellhörig werden und den Oberbürgermeister Ihres Vertrauens um Rat bitten. Wenn Sie dann noch den Mut aufbringen, in Ihrer Fraktion kritische Fragen zu stellen und im Zweifel Ihre Zustimmung in Frage zu stellen, werden Sie Ihrer Verantwortung durch Handeln gerecht. Ansonsten treiben Sie die Kommunen in Verfassungsstreitverfahren, die niemand wirklich wollen kann. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei den Vertreterinnen und Vertretern der Kirchen und Sozialverbände und bei deren Mitarbeitern dafür, dass sie sich im Bereich der sozialen Arbeit in vielfältiger Weise engagieren und Verantwortung übernommen haben. Ihre tägliche Arbeit, ob Sie nun in Kinderbetreuung, in der Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben, der Integration, der Beratung oder in der Betreuung schwerstkranker und Sterbender besteht, wird in Ihrer Bedeutung oft vollkommen unterschätzt und wir nehmen sie als zu selbstverständlich hin. Bei all diesen Institutionen sind insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverzichtbare Teile des sozialen Netzwerks unserer Stadt. Bitte nehmen Sie von dieser Stelle von uns allen unsere Anerkennung und Wertschätzung für Ihre Arbeit mit in den Alltag. Ich bedanke mich bei vielen heute anwesenden Unternehmern, aber zugleich bei den Vertretern der Betriebsräte und Gewerkschaften dafür, dass sie in Umbruchzeiten unserer Stadt in überzeugender Weise Verantwortung für unseren Wirtschaftsstandort und damit für nunmehr fast 20.000 Arbeitsplätze übernommen haben. Die aktuelle außerordentlich positive wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt erweist sich nicht nur in einem Rekordergebnis der Gewerbesteuer, sondern auch in Erweiterungsinvestitionen von Pirmasenser-Unternehmen, die in der Summe in den letzten zehn Jahren sicher die 250-Millionen-Grenze überschritten haben. Dies, meine Damen und Herren, war nur durch ein gutes Miteinander der Unternehmen und Arbeitnehmer, durch mutige Unternehmer und durch engagierte Mitarbeiter möglich. Es gibt nicht wenige Menschen, die trotz all dieser positiven Signale unserer Stadt sehr skeptisch in die Zukunft blicken. In manchen Fällen ist es politischer Zweckpessimismus, der gebetsmühlenhaft Fakten aneinanderreit, die geeignet sind, ein solches Weltbild zu stützen. Sehr hohe Verschuldung, hohe Arbeitslosenquote, hoher Wohnungsleerstand, hohe Kinderarmut. Aus diesen unbestreitbaren Fakten lässt sich hervorragend ein Bild der Perspektivlosigkeit von Regionen übrigens bei weitem nicht nur unserer Region konstruieren, das aber dann jegliche eigene Initiative lehnt und Menschen zurückschrecken lässt, Verantwortung zu übernehmen. Wer sich jedoch nicht nur ein Teilbild macht, sondern alle Puzzleteile zusammenlegt, kommt zu einem anderen Ergebnis. Die durch hohe Arbeitslosigkeit bedingte Sozialquote, das ist allerdings das negative Momentum, das viele Entwicklungen in unserer Stadt bremst, weil für soziale Belange in Pirmasens mittlerweile 60 Prozent des städtischen Haushalts aufgewendet werden müssen. Dabei nicht eingerechnet sind die enormen finanziellen Aufwendungen, die Kirchen, Verbände, gemeinnützige Einrichtungen und ehrenamtliche Initiativen zusätzlich für Soziales aufbringen. Die meisten Initiativen verfolgen das Ziel einer sozialen Integration durch Bildung und Ausbildung, insbesondere junger Menschen. Und ich bin der festen Auffassung, dass die oft langfristig angelegten Projekte, die wir in Betrieben, Schulen, Kindergärten, Lern- und Spielstuben, bei kirchlichen und privaten Trägern erleben, elementar und wichtig sind, weil sie eben langfristig auf nachhaltige Erfolge angelegt sind. Deshalb danke ich an dieser Stelle denen, die sich hier in herausragender Weise engagieren. Sie sind ebenfalls wichtige Pfeiler unseres sozialen Netzwerks. So sehr uns diese Kernproblematik, die sozialen Probleme unserer Stadt sorgen müssen, so sehr kann es uns auf der anderen Seite aber zuversichtlich stimmen, wie viele Menschen in Pirmasens bereit sind, sich hier für eine Veränderung persönlich einzubringen. Meine Damen und Herren, ich will in diesem Zusammenhang aber bewusst einen Gedanken besonders hervorheben. Wenn es richtig ist, dass eine Kernherausforderung unserer Stadt die soziale Problematik ist, weil sie über viele finanzielle Hilfeleistungen nicht nur den städtischen Haushalt dramatisch beeinflusst, sondern viele Kräfte unserer Stadtgesellschaft bindet, kann eine erfolgreiche Gegenstrategie nur in einem Angebot für Hilfe zur Selbsthilfe bestehen. Aber ich bin der festen Überzeugung und spreche dies auch hier ganz klar aus, dass solche Hilfen darauf angelegt sein müssen, dass die Hilfsbedürftigen und Empfänger dieser Hilfen nicht nur mehr und mehr befähigt werden müssen, ihr Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen, sondern dass es auch die Forderung bei jeder Hilfeleistung sein muss, diese zu nutzen, um mehr und mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Es ist nämlich keine schicksalhafte Entwicklung, wenn junge Leute, die in Hartz-IV-Bezug sind, zum zweiten oder dritten Mal Privatinsolvenz anmelden, weil sie Ratenzahlungsverträge für Tausende Euro für Smartphones, Großbildfernseher und Kleidung abgeschlossen haben, die sie nicht bezahlen können. Es ist nicht schicksalhaft, wenn junge Eltern ihre Kinder zu Kindergarten- und Schulzeiten morgens sich selbst überlassen und mit Bußgeldbescheiden darauf hingewiesen werden müssen, ihre Kinder dazu veranlassen, in die Schule zu gehen. Es ist nicht schicksalhaft, wenn mit erheblichem Aufwand eine betriebliche Grundqualifizierung durch die Jobbörse angeboten wird und Menschen, die dann ein Arbeitsplatzangebot erhalten, wiederholt nach kurzer Zeit wieder ausscheiden. In den meisten Fällen gibt nicht das Schicksal, sondern die persönliche Entscheidung, etwas zu tun oder zu unterlassen, hier den Ausschlag. Dies alles, meine Damen und Herren, sind keine exotischen, zugespitzten Einzelfälle, sondern tägliche Erfahrung von Erziehern, Lehrern, Sozialarbeitern und unseren Schuldnerberatern. Wahrscheinlich ist es politisch im höchsten Maße unkorrekt, dies heute Abend so auszusprechen. Denn leben wir doch in einem Sozial- und Wohlfahrtsstaat, leben wir doch in einem Sozial- und Wohlfahrtsstaat, in dem die Aufgaben klar verteilt sind. Bei jedweden gesellschaftlichen und sozialen Problemen, die sich nicht binnen kurzer Zeit selbst lösen, ist es der Staat, der sich zuschreibt, die Lösung ganz alleine zu organisieren. Dies hat allerdings offenbar eine Kehrseite, die der Medienwissenschaftler Norbert Bolz wie folgt beschreibt. Ich zitiere. Die Ausweitung des Wohlfahrtsstaates untergräbt auch die Eigeninitiative und das Verantwortungsgefühl. Seit jeder Einzelne in der Gesellschaft Gegenstand permanenter öffentlicher Sorge geworden ist, dringt der Staat immer tiefer in die Privatsphäre vor. Ende des Zitats. Ich habe in den letzten Monaten dutzende Gespräche mit in Sozialinitiativen engagierten Menschen, mit Erziehern, Sozialarbeitern und Lehrern zu diesem Thema geführt. Dabei ging es insbesondere um unsere großen Anstrengungen, Kindern und Jugendlichen aus einem sozialproblematischen Umfeld durch gezielte und intensive Hilfsangebote neue Perspektiven für Bildung, Ausbildung und gesellschaftliche Integration zu geben. Viele Angebote entfalten nach Meinung dieser Fachleute nur eine Teilwirkung, weil sie nicht von der Familie, den Eltern flankiert werden. Um die Balance zwischen öffentlicher und gesellschaftlicher Fürsorge einerseits und familiärer Eigenverantwortung andererseits zu erreichen, müssen unsere verschiedenen Initiativen noch viel mehr mit der städtischen Ebene kooperieren und sich individuell abstimmen. Und alle zusammen müssen aktiver werden, diese Eigenverantwortung, wo sie noch fehlt, als Preis für das Engagement von Staat und Zivilgesellschaft auch offensiv einfordern. Die Übernahme von Eigenverantwortung betrifft aber nicht nur den Bereich sozialer Fürsorge, sondern alle Bereiche des städtischen Lebens. Es ist nicht schicksalhaft, Unrat oder Hinterlassenschaften des Hundes in Parks, öffentlichen Anlagen oder auf Bürgersteigen zu hinterlassen und zugleich mangelnde Sauberkeit in der Stadt zu beklagen. Es ist nicht schicksalhaft, das eigene Haus oder die eigenen Mietwohnungen vergammeln zu lassen und zugleich das Stadtbild und den Wohnungsleerstand in Pirmasens zu bemängeln, um hier nur zwei Beispiele zu nennen. Nein, jeder selbst kann sich dafür entscheiden, hier eine Veränderung in seinem Umfeld zu erzeugen. Einige tun dies schon, indem sie in ihrem Umfeld auf Sauberkeit achten, sogar Grünflächenpatenschaften übernehmen oder als Unternehmer im erheblichen Umfang in Gebäude oder Mietwohnungen investieren. Ich habe, meine Damen und Herren, in den letzten Wochen mehrere Strategiegespräche mit Geschäftsführern von Mietwohnungsunternehmen geführt, die in den letzten Jahren mehrere hundert Mietwohnungen in Pirmasens erworben und innen und außen mit Millioneninvestitionen saniert haben. Sie haben mir von einer Vollvermietung bei Mieten im unteren und mittleren Preissegment und davon berichtet, nach einer neuen Unternehmensstrategie in Pirmasens weitere Mehrfamilienhäuser erwerben und in ähnlicher Weise sanieren zu wollen, weil sie vom Standort überzeugt sind. Ich habe mit weiteren potenziellen externen Investoren gesprochen, die nach einer Standortanalyse ebenfalls zu Investitionen in Pirmasens bereit sind. Die einen sprechen aus einer nunmehr jahrelangen Erfahrung, die anderen aufgrund vorausgegangener Analysen dem Standort Pirmasens positive Aussichten zu. Unsere eigene Strategie, heimische Unternehmen bestmöglich zu unterstützen und auswärtigen Investoren die Entscheidung für den Standort Pirmasens zu erleichtern, hat im Jahr 2014 dazu geführt, dass Pirmasens auf der Grundlage einer breit angelegten Umfrage bei Unternehmen zur mittelstandsfreundlichsten Stadt in Rheinland-Pfalz gekürt worden ist. Wenn Sie die Bildpräsentationen, die im Hintergrund laufen, aufmerksam beobachten, dann werden Sie feststellen, wie sich unser Stadtbild durch die vielen, teils privaten, teils öffentlichen, teils gemeinsamen Privat- und öffentlichen Investitionen und Joint Ventures verändert und sich die Qualität der Angebote auf unterschiedlichsten Sektoren verbessert hat. Und, meine Damen und Herren, ganz aktuell, lieber Wilhelm Mattheis, vor uns steht die große Aufgabe, die durch einen weiteren Abzug der US Army frei werdenden Flächen auf der Husterhöhe mit neuen Konversionskonzepten genauso erfolgreich zu nutzen wie die Ende 2000 freigewordenen Grundstücke. Denn wir haben mittlerweile wieder einen erheblichen Bedarf, neue Gewerbeflächen auszuweisen. Und bereiten deshalb einen weiteren Masterplan für die Husterhöhe vor, der in Abstimmung mit unseren Nachbarn auch die Flächen des Grünbühl einbezieht. Wir dürfen uns auf diese Herausforderung freuen, weil sie wiederum erhebliche Chancen bietet. Wie man Chancen im Umbruch nutzen kann, indem man Stadt und private Entwickler zusammen Hand in Hand arbeiten lässt, zeigt auch die Innenstadtentwicklung der letzten Jahre. Es erscheint uns, meine Damen und Herren, fast schon selbstverständlich, dass wir im Bahnhof, der noch vor einigen Jahren vollkommen heruntergekommen war, eine französische Bäckerei und eine hochkarätige Sportsbar vorfinden. Dass die Ruine der alten Post in neuem Glanz erstrahlt und auch dank privater Initiative der repräsentative Kuppelsaal neben Kultur auch Kulinarisches bietet. Dass der Rheinberger, der jahrelang dem Verfallpreis gegeben war, durch eine privat-öffentliche Initiative zu einem Wahrzeichen von Pirmasens geworden ist. Dass auf der gleichen Entwicklungsachse Bahnhofmesse auf rein private Initiative ein Ärztehaus entsteht, dass weit über die Grenzen von Pirmasens hinaus eine Anziehung entfalten wird. Und, meine Damen und Herren, dies gehört eben auch zu der Analyse, wo wir in unserem Strukturwandel stehen und welche Chancen und Herausforderungen vor uns liegen. Lassen Sie mich aus aktuellem Anlass zum Schluss noch ein Thema ansprechen, das sehr viel mit persönlicher, gesellschaftlicher und politischer Verantwortung zu tun hat. Es geht um die Aufnahme, Unterbringung und Integration der Bürgergerichtsflüchtlinge aus Syrien, dem Iran und dem Irak. Es ist erkennbar, dass der Flüchtlingsstrom aus diesen Ländern noch lange nicht abreisen, sondern im erheblichen Maße zunehmen wird. Noch 2010 gab es in Pirmasens 80 Asylbewerber. Diese Zahl ist mittlerweile auf 315 Personen angestiegen. Kein Mensch kann ernsthaft bestreiten, dass diese Bürgergerichtsflüchtlinge deshalb geflohen sind, weil ihr Leben dort unmittelbar und dauerhaft bedroht war. Es muss eine schlichte, humanitäre Selbstverständlichkeit sein, dass wir als Land und auch als Stadt unseren Beitrag dazu leisten, diese Menschen aufzunehmen und ihnen Schutz, Fürsorge und Integration zu gewähren. Nach den bisher gemachten Erfahrungen in Pirmasens sind speziell die Menschen aus diesen Kriegsgebieten für ihre Aufnahme außerordentlich dankbar und sehr integrationsbereit. Leider ist die Art, wie Bundes- und Landespolitik mit dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung umgehen wiederum ein Beleg für die dort verfestigte dramatische Ignoranz der Probleme auf kommunaler Ebene. Denn wo sollen die Menschen denn sonst untergebracht werden und integriert werden als in den Kommunen? Aber wenn es bei diesen drängenden Problemen um rascher ausreichende finanzielle, logistische und im schulischen Bereich um personelle Unterstützung geht, ist von Bund und Land weitgehend Fehlanzeige zu vermelden. Die notwendige Austragung des Streites um diese finanziellen, personellen und formalen Diskrepanzen darf, und das will ich ausdrücklich betonen, nicht das Feld für die Scharfmacher eröffnen, die jetzt zulasten der Bürgerkriegspflichtlinge ihr ideologisches Süppchen kochen wollen. Da ist mittlerweile wieder scheinheilig von reinen Wirtschaftsflüchtlingen, von einer Überforderung des Systems, von einer Überfremdung, von einer Islamisierung, von einer Benachteiligung der eigenen Bürgerinnen und Bürger die Rede. Und an dieser Stelle möchte ich ganz ausdrücklich unseren nahezu vollständig erschienenen Ausländerbeirat begrüßen. Herzlich willkommen! Wir müssen befürchten, meine Damen und Herren, dass auch der verheerende Terroranschlag in Paris von einigen Scharfmachern zur Hetze missbraucht wird. Dies verkennt, dass auch Muslime Opfer von militanten Islamisten sind. Dabei wird nicht differenziert zwischen den Hunderttausenden in Deutschland vollständig integrierten Muslimen, die sich nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung umfassend mit den Werten unseres Grundgesetzes identifizieren und andererseits den radikalen Extremisten, von denen es nur eine geringe Zahl gibt. Das ist fatal. Das ist, meine Damen und Herren, fatal. Und soll das zum Beispiel in unserem interreligiösen Forum, in Projekten des Paktes für Pirmasens oder im täglichen Miteinander aufgebaute Vertrauen erschüttern? Wir dürfen auch nicht zulassen, dass Neid- und Missgunstdebatten unter dem Stichwort Armuts- oder Wirtschaftsflüchtlinge Menschen pauschal an den Pranger stellen. Meine Damen und Herren, nach dem Dreißigjährigen Krieg, also vor ca. 370 Jahren, ist aus den Schweizer Bergen eine Familie Matthias in den Raum Pirmasens eingewandert. Sie haben ihre Heimat aus bitterer Not verlassen und in der damals teilweise entvölkerten Pfalz unter schwierigsten Bedingungen eine neue bäuerliche Existenz aufgebaut. In den Kirchenbüchern wurde der Name dieser Familie aufgrund eines Übertragungsfehlers später in Matthias geändert. Aus den gleichen Gründen existenzieller Not gab es im 19. Jahrhundert eine Auswanderungswelle aus Teilen der Pfalz nach Amerika. Die ersten Auswanderer, die per Schiff nach Amerika kamen, sind auf einem riesigen Denkmal auf einer Insel von New York verzeichnet. Unter ihnen ist auch ein Adam Martin Matthias. Sie sehen, meine Damen und Herren, Sie haben einen Nachkommen von mehrfachen Wirtschaftsflüchtlingen zum Oberbürgermeister gewählt. Applaus Muss Sie das eigentlich angesichts dessen, was uns allen von solchen Wirtschaftsflüchtlingen angeblich droht, nicht sehr bedenklich stimmen? Es ist allerdings wahrscheinlich, dass die Vorfahren vieler Rechtsverblendeter, die im Moment gegen die Aufnahme von Flüchtlingen Front machen, ebenfalls Flüchtlinge in diesem Sinne waren. Eine Recherche würde sich lohnen. So deutlich, meine Damen und Herren, wir gegen die rechtspopulistischen Tiraden Position beziehen, müssen wir auch unsere Position gegenüber den Menschen bestimmen, denen wir Aufenthalt und Schutz gewähren. Es steht in unserer Verantwortung, die schutzwürdigen Bürgergerichtsflüchtlinge zu integrieren. Dies kann, wenn Integration nicht scheitern soll, nicht nur eine staatliche Aufgabe sein, sondern wir stehen als Bürgerinnen und Bürger vor Ort alle in dieser Verantwortung. Ich rufe Sie alle dazu auf, dieser Verantwortung gerecht zu werden, jeder nach seinen Fähigkeiten. Applaus Aber zu einer erfolgreichen Integration gehört natürlich auch der Wille, sich zu integrieren. Und das bedeutet, die elementaren Grundregeln des Zusammenlebens der Gesellschaft zu akzeptieren, die mich als Flüchtling aufzunehmen bereit war. In jeder Einbürgerungsveranstaltung, von denen im Jahr etwa vier mit jeweils 20 bis 30 Einbürgerungswilligen aus allen Nationalitäten stattfinden, weise ich darauf hin, dass die großartigen Bürger- und Menschenrechte, die in unserem Grundgesetz Menschenwürde, Toleranz, Gleichheit, körperliche Unversehrtheit, Religionsfreiheit und vieles mehr schützen, mit der Pflicht jedes Bürgers unseres Landes korrespondieren, nicht nur diese Rechte für sich in Anspruch zu nehmen, sondern selbst dafür einzutreten. Und, meine Damen und Herren, ein solch zentrales Grundrecht ist auch das Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit, das es gegen Einschüchterung und Gewalt notfalls mit staatlicher Gewalt zu verteidigen gilt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gegenüber den Menschen, die unsere Hilfe und unseren Schutz suchen, mit Selbstbewusstsein und Bestimmtheit auf die Unabdingbarkeit dieser Werte hinweisen und auf deren bedingungsloser Einhaltung zu beharren. Das gilt im Großen bei der Frage, wie wehrhaft unser Staat sich zeigen muss, um zu verhindern, dass in religiösen Zirkeln in Deutschland 500 junge Männer angeworben werden, um für die IS-Schlechter in den Krieg zu ziehen. Und es gilt im Kleinen bei unserer eigenen Positionsbestimmung, wie wichtig uns die Einhaltung unserer Grundwerte im Alltag sind. Denn bei Eltern von Migrantenkindern, die es nach vielen Vermittlungsversuchen aus einer patriarchalischen Sicht für Gott gegeben halten, dass ihr Junge sich aggressiv oder herablassend gegenüber Mädchen oder weiblichen Lehrkräften verhalten darf, die Sprach- und Integrations- und Bildungsangebote schlicht ablehnen und sich in einer Parallelgesellschaft einrichten, kommen wir, und das will ich auch ganz deutlich sagen, vor Ort in der ganz konkreten Konfliktlage mit der euphorischen Feststellung, wie wunderbar doch Vielfalt sei und wie sehr uns doch Multikulti bereichere, nicht viel weiter. Wir lassen mit einer solchen Haltung diejenigen, die die Hauptlast der Integrationsarbeit zu tragen haben, vielmehr im Regen stehen. Und diese Beispiele sind keine Zerrbilder, sondern konkrete Erfahrungsberichte von Erzieherinnen, Lehrern und Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Diese Fälle machen, darauf will ich ausdrücklich hinweisen, bei weitem nicht das Gros der Asylbewerber aus und sprechen gerade nicht gegen unsere Integrationsbemühungen. Aber wenn die Integration von Flüchtlingen in Deutschland die Akzeptanz der Menschen finden soll, und nur dann wird sie gelingen, dann muss auch diese Position zweifelsfrei geklärt sein. Nicht nur die Würde des Menschen, sondern auch alle sonstigen Grund- und Bürgerrechte sind in unserem Land für alle unantastbar. Und deshalb, meine Damen und Herren, tragen heute Abend die Mitglieder des Stadtvorstandes, ich hoffe stellvertretend für sie alle, das Bekenntnis, das derzeit unsere französischen Nachbarn eint. Je suis Charlie. Wer trotz vielfältiger Integrationsangebote nicht bereit ist, aktiv für diese Werte einzutreten und wenn nötig dafür, bisherige eigene Wertvorstellungen oder Maßstäbe aufzugeben, ist nicht willkommen. Auch dies ist eine Frage von verantwortlichem Handeln im Sinne der Werte unserer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, in der Balance von staatlicher und bürgerschaftlicher Verantwortung einerseits und Eigenverantwortung des Einzelnen andererseits wird, davon bin ich überzeugt, auch die große Aufgabe der sozialen Integration und der Integration von Migranten gelingen. Vor beidem muss uns in Pirmasens nicht bange sein. Liebe Gäste des Neujahrsempfangs, ein gewisser Angelo Giuseppe Roncalli hat das Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und Eigenverantwortung einmal mit folgendem Kernsatz zusammengefasst. Ich zitiere. Allen Gutes tun, aber einem jeden die eigene Verantwortung lassen. Ende des Zitats. Von 1958 bis 1963 war Angelo Giuseppe Roncalli Papst. Er war Johannes der 23. Ist sein Appell, meine Damen und Herren, nicht ein guter Vorsatz für das Jahr 2015? Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, erfolgreiches Jahr 2015 in Gesundheit und Wohlergehen und bedanke mich, dass Sie mir so geduldig zugehört haben. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.